Boost-Kanal am Start. Heute mit einem kurzen Video. Matcher-Tags habt zwei Booster. Weil uns langsam die Booster ausgegangen sind oder ausgehen, sind es noch zwei die übrig sind sozusagen. Da habe ich gesagt, komm, machen wir ein kurzes Video darüber. Bundesliga fängt eh bald, ich glaube in einer Woche oder so geht es wieder los. Da habe ich gesagt, komm, die zwei machen Video noch kurz drüber. Fange ich auch gleich mal an. Ja. Supotic, Höger, Adler, Hermann und Trapp. Okay, leider nichts besonderes. Komme ich hier zum zweiten. Bayer, Hermanns, Bobadetz und Tusky. Und meine Wehr ist einmal Hummels. Okay, waren meine zwei letzten Booster oder unsere. War leider nichts besonderes drin. Es hat euch trotzdem gefallen. Und ja, nächste Woche werden wir wieder Booster haben. Da geht es wieder los. Ansonsten schaut noch meine alten Videos an. Bis zum nächsten Mal, euer Boost-Kanal.